herzlich willkommen zum neuen unboxing video wir haben heute von der firma hama einen wireless charger gekauft und den machen wir jetzt ein unboxing ein 10 watt gerät 10 watt gerät passend natürlich für iphone von der firma hama wireless charger und kommt in einer soliden papier verpackung daher also wunderbar und ja das ist der wireless charger qi-fc 10 und der soll ganz wunderbar wireless chargen power charger ja und wenn man das öffnet wunderbar ist da sogar eine diebstahl sicherung dass man es nicht so leicht aufgeregt man muss die verpackung richtig zerstören und sie kommt tatsächlich der charger noch in einer plastik verpackung mit kabel mit kabel das kabel ja usb genau zwei usb anschlüsse wunderbar wunderbar mit einem draht zusammen dass es besser hält es jetzt nichts dramatisches nur damit es besser zusammenhält super ist circa meter lang und das eigentliche teil sehr solide sehr solide ja 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 also man sieht schon hier input 5 volt 2 ampere beziehungsweise 9 volt 1,67 ampere und 10 watt output also wunderbar und auf der seite wird das angesteckt ja und ultra flach also ich würde sagen so fünf millimeter ist das teil nur flach und da kann man dann das handy drauf legen mit dem total stylischen metallrand also da legt man dann das telefon drauf und es lädt also einfach anstecken plug and play und es lädt toll ich sehe da ist noch ein led da sieht man wenn man das telefon drauf legt also wenn man es richtig da quer wenn man es quer drauf legt sieht man dann okay wenn das led rot leuchtet dann charged das phone und wenn man das telefon wegnimmt dann geht auch dass die led lampe aus das heißt falls man nicht imstande ist zu erkennen ob das telefon oben liegt schaut man einfach auf die led wunderbares gerät von der firma hammer um knappe 15 euro total super ja grüß euch